Die britischen Royals sind aktuell in aller Munde und das nicht unbedingt auf positive Art und Weise. Nach dem großen Enthüllungsinterview von Harry und Meghan wird ganz schön viel über die Königsfamilie diskutiert. Prinz William und Herzogin Kate wollen offenbar von dem Thema ablenken und teilen deshalb neue Bilder ihres Nachwuchs. Zum Muttertag in Großbritannien teilten die Cambridges selbst gemalte Grußkarten von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Die Karten der Kinder richten sich an ihre verstorbene Großmutter, Lady Diana, wie in der Bildbeschreibung deutlich wird. Jedes Jahr basteln George, Charlotte und Louis Karten am Muttertag, mit denen sie für William an ihre Oma Diana erinnern. Auf der Karte des siebenjährigen Prinz George ist zu lesen, Liebe Oma Diana, alles Gute zum Muttertag, ich hab dich sehr lieb und denke stets an dich. Besonders herzzerreißend ist auch die Botschaft der fünfjährigen Charlotte. Am Muttertag denke ich an dich, ich habe dich sehr lieb, Papa vermisst dich. Trotz aller öffentlichen Aufregung um William und Kate treffen diese Worte wohl jeden direkt ins Herz. Untertitelung des ZDF für funk, 2018 Im Winter